Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung heute zu meinem neuen Recap der aktuellen Game of Thrones Folge Book of the Stranger. Natürlich Spoiler-Warnung für alle, die die Folge noch nicht gesehen haben oder generell alle, die noch nicht so weit in Game of Thrones sind. Kommt später zu diesem Video zurück und schaut es euch erst an, wenn ihr die Folge gesehen habt. Nun gut, und ich würde sagen, wir fangen auch einfach mal an. Ja, war eine coole Folge, auf jeden Fall. Also mir hat sie allgemein sehr gefallen. Es gab so ein paar Sachen, wo, ja, ich weiß nicht, es gab eigentlich nichts, was ich wirklich schlecht fand, aber so ein paar Sachen, wo ich zwischendurch dachte, okay, gut. Aber aktuell passiert wirklich viel, muss man sagen. Also da komme ich gleich dann auch nochmal drauf, wenn wir zu Daenerys Storyline, diese Folge vor allem, kommen. Die sind wirklich schnell unterwegs, so was so die Schritte in der Story aktuell angeht. Wir haben ja auch Jon Snow schon sehr früh jetzt zurückbekommen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir den erst so jetzt vierte Folge oder so wieder bekommen, aber er ist ja schon seit Folge 2 oder Ende Folge 2 wieder da. Und, ja, aber wir fangen auch direkt mal mit Jon Snow an. Wir sind am Anfang direkt wieder an der Wall und da war super krasser Gänsehaut-Moment. Und ich habe mich total gefreut, weil ich dachte eigentlich am Ende der letzten Folge, dass es jetzt doch nicht passiert, weil am Ende der letzten Folge meinte Jon, ja, my watch is endet. Und ich dachte, jetzt verlässt er die Wall direkt. Und dann, dann kommt Sansa und dann so, hey, Jon ist nicht mehr da. Da. Aber so war es nicht, sondern er bereitet sich gerade darauf vor, ja, die Wall zu verlassen, redet noch so mit Edge und so und er meint so, wie kannst du uns jetzt verlassen, bla bla. Und dann kommt Sansa. Und es war einfach super. Erstmal schauen die beiden sich so richtig weird an, weil völlig fassungslos einfach, weil, ja, jahrelang nicht gesehen. Und dann fallen sie sich endlich in die Arme und Stark Union und geil. Und jetzt wird, time to kick ass. Super gut. Und dann hat Sansa tatsächlich dann, als sie dann miteinander sprechen, nochmal die Idee, oder was heißt die Idee, sie spricht es aus und sagt es, und Jon ist erst relativ zurückhaltend, dass sie Winterfell zurückerobern müssen. Und, ja, für ihre Geschwister, die ja noch irgendwo da draußen sind und generell, weil Winterfell den Starks gehört und so, ja. Und, ja, Jon meint noch so, I'm tired of fighting, bla bla und will erst nicht und überhaupt. Und, ja. Ja, dann noch ganz nett, was auch an der Wall passiert ist. Davos trifft noch auf Brienne und Brienne meint so, yeah, I killed Stenis. Und er nur so, what the fuck, no, you didn't, you can't, no. Ja, und ich mach das jetzt mal wieder ortsgebunden, also am Ende der Folge, oder was heißt nicht, das ist diesmal nicht die letzte Storyline gewesen, die aufgetaucht ist, aber ich glaub die vorletzte. Dabei sind wir nochmal an der Wall. Dann kommt ein Bolton-Soldat mit weißer Fahne an einen Kurier quasi und bringt den, im Buch heißt das, glaub ich, Pink Letter. Letter? Der pinke Brief, was auch immer, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Ja, und dieser Brief ist im Endeffekt nur eine, ja, einzige Provokation von Ramsay an Jon. Er schreibt, bla, ich hab deinen Bruder, also Rickon hat er ja, und, ja, meint, ich werde ihn skinnen und, keine Ahnung, ich will Sansa zurück und dann werde ich sie vergewaltigen und ganz viele böse Dinge tun, weil ich bin Ramsay und ich bin voll evil und ich provoziere dich, damit du in einen aktuell scheinbar noch, äh, ja, outnumberten, äh, Kampf ziehst, weil es wurde auch darüber gesprochen, ne, Sansa meint, okay, äh, Ramsay hat ungefähr 5000 Leute hinter sich und, äh, ja, die Wildlings haben 2000, die kämpfen könnten, meint Tormund dann noch. Und Tormund, das war auch so weird, da war so eine Szene, die sitzen so am Tisch und essen, kurz bevor der Brief reinkommt und Tormund guckt Brienne so richtig weird an, so, keine Ahnung, äh, weil sie sah deutlich jünger wieder aus dadurch, fand ich, äh, dass, äh, Sansa irgendwie oder, ja, wieder die, diese komische Frisur hatte, die sie in den ersten Seasons immer hatte, als sie halt, ja, noch Stark war und sich nicht irgendwie, ähm, unauffällig halten musste oder so und, ja, genau. Und, äh, ja, dann beschließt Jon auch endlich so, okay, let's do this, äh, wir können Rickon nicht hängen lassen und so, wir brauchen das alles und jetzt werden die dann, denke ich mal, die, äh, ja, schauen, welche Häuser im Norden noch, äh, loyal zu den Starks sind. Wir haben ja schon in diversen Trailern gesehen, das Haus, äh, Mormont, also das vom alten Lord Commander oder von, äh, Jorah, ne, äh, wohl eine Rolle spielen wird und, ja, dann werden die wahrscheinlich so ein bisschen, äh, ihre Anzahl an Soldaten zum Vergleich der Bolten Armee ausgleichen einfach, ja, und, äh, dann gibt's Battle, 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 gibt's. Gut, aber soviel zu War, ähm, es war auf jeden Fall total cool, Stark Union, fand ich super, echt Gänsehaut und, äh, ja. Dann kommt Littlefinger zurück, äh, Littlefinger ist jetzt in der vierten Folge auch wieder da, er ist, äh, wir sehen ihn in The Vale mit Lord Arryn, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Vorname war, auf jeden Fall dieser kleine Spasti-Junge. Meine Fresse, finde ich den furchtbar scheiße. Boah, also der ist schon echt nervig, aber gut, Littlefinger manipuliert ihn jetzt inzwischen einfach nur noch irgendwie, wobei er halt so total unberechenbar ist, wie er da, ich hoffe, der kommt nicht wieder so im Moment, wo er da so rern rumsteht, rumschreit und, äh, puh, der war schon echt anstrengend. Als die da, äh, mit Sansa noch, äh, in der Vale waren und so. Naja, egal, auf jeden Fall, äh, viele meinen ja das, oder was ich mir jetzt schon so durchgelesen hab und angehört hab zu der Folge, ähm, dass die Knights of the Vale, die Littlefinger ja jetzt immer da noch, quasi hat die Starks jetzt auch supporten. Ich bin mir nicht sicher, ob das so, äh, oder ob er sie nicht irgendwie dann doch ein bisschen verarscht, aber gut, im Teaser für die nächste Folge hatten wir schon gesehen, dass Sansa wieder auf Littlefinger trifft und ich hoffe einfach, dass er, weil bei Littlefinger weiß ich eh nie, wo er irgendwie gerade steht, dass er weiterhin loyal zu den Starks irgendwie ist, weil er hat ja, ähm, Catelyn eigentlich immer, das ist so das Einzige, was ich über Littlefinger ehrlich weiß, dass er Catelyn irgendwie immer ziemlich geliebt hat und so, äh, ja, wir werden sehen, was da jetzt noch abgeht und irgendwie meinte er dann halt auch in so einem letzten Shot, Shot von Littlefinger, äh, let's go to the Freys oder was, auf jeden Fall irgendwas mit den Freys, also mit, äh, ja, ne, den bösen Red Wedding Leuten, ne, vielleicht gibt's ja dann endlich mal die Revenge, ne, wir haben ja die Freys auch schon in diversen Trailern gesehen, aber für mich ist es ja immer noch, ähm, Filch, aus Harry Potter, ähm, äh, ja, genau, und dann geht's auch schon weiter nach Marine, Tyrion, äh, holt Master an und auch den einen, der ihn versklavt hatte und dann in die Arena geschickt hat, ähm, ja, einige Master aus Astapor und schlägt ihm im Endeffekt so einen Siebenjahresplan vor, um halt, ja, ich hab schon gehört, das soll irgendwie so eine Anlehnung an Lincoln sein, so, von den Schreiern, äh, Dan und Dave heißen die ja genau, von Game of Thrones, äh, ja, gut, äh, schön und gut, weil Lincoln wohl angeblich auch nicht gesagt hat, so, Slavery ends now, sondern, er es so ein bisschen diplomatischer versucht hat zu lösen, aber, ähm, gut, wir, äh, nicht Melisandre, wollte ich jetzt schon sagen, äh, Grey Worm und so, sondern erst mal so, oh, fucking shit, Tyrion, das kannst du nicht bringen und überhaupt, im Endeffekt weiß man, Tyrion, der ist ein, ist ein politisches Mastermind, der wird das schon hinkriegen, und, äh, ja, aber mal gucken, es, ich, es läuft ziemlich auf, äh, Bürgerkrieg, auch da hinaus, ähm, wir werden sehen, bin gespannt, also, so, irgendwie die ehemaligen Sklaven und dann die Sons of the Harpy und überhaupt und dann kommt später noch Daenerys, aber da komme ich dann gleich auch noch zu, ja, crazy, crazy und, genau, da haben wir auch noch in der Storyline, äh, Jorah und Dario, ja, die schleichen sich oft, ne, da so rum statt der Dothraki und was halt vor allem krass ist, oder was ich jetzt nicht gedacht hätte, ist, dass Dario, äh, Grayscale von Jorah sieht und jetzt eher, ich weiß, der Einzige ist, der davon Bescheid weiß, aber er rastet jetzt nicht völlig aus, was gut ist, aber, ne, fragt so, ja, weißt du, was das mit dem macht, ja, I know, ne, also, genau. Gut, ähm, soll ich jetzt mit Daenerys Storyline, ich mach mal mit Daenerys Storyline dann einfach weiter, weil wir jetzt gerade schon da sind, ähm, das ist nämlich dann die letzte Szene und die war auch eine Anlehnung an Season 1 und ziemlich episch, muss man sagen und ich hab lange gar nicht damit gerechnet, ich war mir sicher, was ist jetzt ihr Plan, weil, ähm, dann kommen Jorah und Dario dann halt auch irgendwann an, als Daenerys gerade ein bisschen draußen rumläuft, mit einer anderen ehemaligen Khaleesi, die noch in ihrem Alter ist ungefähr, keine Ahnung, oder relativ jung, ähm, läuft sich draußen rum und da kommen die beiden da angeschlichen, ne, und dann denkt sie sich, okay, let's strike, aber die will nicht einfach fliehen, sondern sie will halt die Dostraki hinter sich vereinen und man fragt sich so, okay, what's your plan? Weil, man weiß es einfach nicht, es wirkt so unsichtsichtig und am Ende stellt sich heraus, sie, äh, geht dann zu den ganzen Kals, ne, weil die müssen ja beschließen, dass sie jetzt quasi eine, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der offizielle Name ist, offizielle Kahlwitwe, was auch immer ist, und, ähm, ja, stellt sich heraus, äh, Jorah und Dario haben die Türen verschlossen und die Wachen draußen gekillt und Daenerys macht Feuer, es ist schon krass und, äh, ja, Unburned Version 2, ja, The Return of the Unburned, an der ganz Season 1, wie gesagt, wo sie am Ende halt da mit den Drachen aus dem Feuer tritt und, ja, sie ist wohl einfach generell immun gegen Feuer, weil sie halt ein Targaryen ist und, äh, ja, ich hab wohl schon gehört, in den Büchern ist das nicht so, da, äh, benötigt sie immer Magie, Bloodmagic oder irgendeine andere Form von Magie, um halt immun gegen Feuer zu sein, in der Serie ist sie wohl einfach generell immun und, äh, ja, dann tritt sie da raus, ne, natürlich wieder Kleidung abgebrannt und so, so wie damals, aber diesmal ist es wohl ein, ähm, Buddy-Double, genauso wie auch bei Cersei in Season 5, also, dass sie nur ihren Kopf auf den nackten Körper von irgendeiner anderen Frau getrackt haben und so, weil Emilia Clarke wieder ihre Klausel in ihrem Vertrag hat, dass sie da keinen Bock mehr drauf hat, was auch völlig okay ist, mir ist es relativ wurscht, weil, ja, so, äh, genau, aber, ja, war ziemlich episch und dann kommt mal die ganzen Dothraki an, die sehen so, fuck, hey, das ist der Palast oder das Haus oder was auch immer von den Kals brennt, shit, und sehen so Daenerys da raustreten, epic shots und so und dann verneigen sie sich alle und, ja, jetzt haben wir eine noch größere Kals-Army hinter Daenerys wahrscheinlich und, äh, wenn sie damit dann erstmal wieder nach Marine oder Slavers Bay generell kommt, gibt's aufs Maul. Genau, und dann haben wir noch King's Landing, ähm, ja, wir haben erstmal Margaery, die mit dem High Sparrow spricht und, äh, der Herr Sparrow meint irgendwie, ja, wenn du zu deiner Familie zurückkehrst, äh, Reichtum und generell Macht, äh, das sind alles wieder Sünden und überhaupt, das kannst du nicht machen, bla, 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 dann erzählt er quasi, ich nenne es jetzt einfach mal seine Origin-Story, er war irgendwie, oder sein Vater war Schuhmacher und dann hat er auch selber Schuhe gemacht und dann irgendwann war er auch, irgendwann hat er mit Freunden feiern und ist am Morgen völlig desillusioniert aufgewacht und hat gesagt, nein, fuck it, I can't stand it any longer und ist dann irgendwie religiös geworden. Wow. Aber, was viele ja auch meinen, was jetzt so eine Theorie abseits ist, dass wir Clegane Bowl bekommen, ich bin mir nicht sicher, ich könnte es, also ich fände es geil, ich fände es total cool, also kurz zu Clegane Bowl, was das ist, dass halt die beiden Cleganes gegeneinander kämpfen, also einmal der Mountain und der Hound und, äh, ja, der Mountain ist ja bereits zurückgekehrt und wir, viele haben auch die Theorie, dass der Hound überlebt hat, den Encounter mit Prian, weil wir haben ihn nie richtig sterben sehen, Arya ist ja einfach weggegangen, als er dann da völlig fertig mit Beinen gebrochen und, keine Ahnung, oh, guckt schon aus dem Oberschenkel der Knochen raus und so lag. Genau, und dann ist er wohl irgendwo in den Riverlands rumgewandert, also, oder irgendwie hat es geschafft, zu überleben und ist dann religiös geworden, so, und, äh, sehr religiös und heißt dann der Gravedigger und deswegen fanden viele, dass das jetzt auch wieder ein Hint war, äh, als er da über, also der Highsbury Marjorie in dieser Konversation, ist der Begriff Graveyard öfter gefallen, keine Ahnung, das sind so Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob das jetzt in die Richtung interpretiert werden sollte, aber es, man kann es irgendwie so auslegen. Äh, ich fände es auf jeden Fall cool, weil dann gibt's, äh, die Theorie geht so weiter, dass es dann wohl ein Trial of the Fates gibt und, ähm, ja, dann quasi Trial by Combat, ne, und dann nimmt Cersei halt den Zombie Mountain als Champion und, ja, der Highsbury nimmt halt den Hound, ruft er dann herbei und dann, bam, kämpfen die beiden Cleganes gegeneinander, aber gut, wir werden sehen. Es wäre auf jeden Fall ziemlich cool und, äh, ich bin gespannt, ob das noch passieren wird, äh, anytime soon. Äh, genau. Dann wird Marjorie noch zu Loras gelassen und meint so, hey, du musst stark bleiben und so und Loras ist voll fertig, ne, meint auch, I can't stand it any longer. Ähm, ja, das ist dann nochmal so die Szene. Ähm, ich muss sagen, Loras hatte bisher in der Season einfach noch gar nichts zu tun und das war jetzt auch wieder so, ja, er ist halt fertig, ne. Ja, ja, gut. Marjorie ist halt noch gut, sie ist noch stark, ja, muss man sagen und, äh, finde ich auch cool, aber wisst, da passiert halt, wenn ich so viel sitze in einem Knast rum und rotten vor sich hin und ab und zu kommt mal der Highsbury oder die eine Highsbury-Dienerin da rein und macht irgendwas und gut ist. Ja, aber gut. Was vor allem jetzt wichtig ist, ist, dass Cersei und Jaime die Tyrell-Army benutzen wollen, um gegen den Highsbury anzutreten und, äh, das wird jetzt auch passieren, wie wir es ja auch schon in den Trailern gesehen haben, aber, ähm, ne, die, äh, Queen of Thorns, ja, ähm, also die Großmutter von Marjorie und so weiter, ähm, die ist jetzt auch endlich mit am Start. Ja, sie weiß, dass, sie hat zwar keinen Bock auf Cersei eigentlich, aber, ne, sie weiß, dass das der einzige Weg ist und sie weiß, dass, äh, Marjorie nicht den Walk of Shame wie Cersei gehen darf, weil sonst ist einfach keiner mehr irgendwie ergeben der Königin und, äh, ja, wenn die denken, oh, die hat Sünden und, ah, die ist, äh, in Schande nackt durch die Straßen gehetzt worden, ähm, dann wäre sie quasi eine machtlose Königin und das, äh, wäre ziemlich schlecht. Dementsprechend riskiert sie lieber einen Bürgerkrieg und, äh, ruft dann die Tyrell-Army jetzt ran und, äh, ja, bin ich sehr gespannt. Also wird cool. Äh, ja, das ist eigentlich alles, was in King's Landing war und dann haben wir noch Theon. Theon geht, geht endlich zu den Iron Islands zurück, ähm, ja, nach Pike, 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 die coole Stadt mit den Brücken oder die Festung, besser gesagt. Ähm, ja, und dann trifft er auch seine Schwester und die ist natürlich ziemlich angepisst, weil sie hat versucht, ihn zu retten und er, äh, ist nicht mitgekommen. Und dann sind, im Endeffekt, einfach nur Ironborn-Soldaten dafür gestorben. Ähm, ja, aber Theon ist, äh, traurig und sie beschuldigt ihn dann auch noch, ja, du bist jetzt gerade gekommen, wo unser Dad gestorben ist, du willst doch sicher nur den Thron, bla, bla, aber er, im Endeffekt, will sie supporten, ähm, den Thron zu haben und das ist dann im Endeffekt so der Dialog und der Grund, warum sie da ist. Ähm, ja, wir kriegen, denke ich mal, so in den nächsten ein, zwei Folgen Kingsmood, also, das hat der Teaser auch schon vermuten lassen, dass der nächste Folge vor allem richtig losgeht. Wie weit es geht, weiß ich noch nicht, aber dass es auf jeden Fall losgeht. Genau. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Ramsey, ähm, ja, kurz in Winterfell, der mit, äh, Asha spricht und sie tötet. Ich hätte, ja, weil er hat halt mit Theon geredet und hat halt herausgefunden, wie, äh, sie es damals geschafft haben, aus Winterfell zu fliehen, ne, und, äh, ja, dann tötet er sie einfach mal, ne, Messer in den Hals fertig und sie ist weg. Aber gut, äh, ja, soviel dazu. Das war im Endeffekt die Folge, also die coolsten Sachen waren auf jeden Fall wieder mal Jon Snow, weil er einfach mit Sansa wieder zusammengekommen ist und Stark Union und überhaupt und super und jetzt plotten sie da, Ramsey endlich fertig zu machen, finde ich ziemlich gut und Daenerys, war bisher, fand ich, ja, ist einfach auch noch nicht so viel passiert, aber jetzt ging's da auch mal richtig los, ziemlich nice und, äh, ja, Unburned Version 2, The Return of The Unburned, ziemlich cool. Äh, was habt ihr von der Folge gehalten? Welche Storylines fand ihr ziemlich nice? Worauf freut ihr euch weiterhin am meisten? Und, äh, ja, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, ich freue mich auf eine Diskussion und, ja, ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, das war meine Eindrücke zur aktuellen Folge Game of Thrones Book of the Stranger und, äh, So wie dazu, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschauzen. Tschauzen 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 Tschauzen